fröhliche weihnachten mary 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 christmas hallo liebe youtuber ja und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu divi's movie channel ja meine lieben heute ist es soweit heute ist heiligabend der 24 dezember und ja wir zwei haben uns heute schick gemacht ne ja du hast heute dein schönes halstüchlein an und skip hat heute auch wieder so ein weihnachtsmützchen auf wie mami ja und wir wünschen euch auf jeden fall ein wunder wunderschönes weihnachtsfest mit euren liebsten mit euren partnern mit eurer familie und dass ihr natürlich zwei ganz wundervolle gemütliche weihnachtsfeiertage verbringt ich hoffe dass ihr dann einfach zusammensitzt euch einen gemütlichen abend macht filme schaut oder gemütlich zusammen es ja ich bin heute auch bei meiner familie und mal sehen ob wir nicht auch zusammen einen film schauen falls es so ist dann haben wir uns dieses jahr für schöne bescherung entschieden falls es dann soweit kommt letztes jahr haben wir glaube ich kevin allein zu hause geguckt und ja wir wechseln dann immer so dass wir weihnachten immer verschiedene filme schauen nach dem essen und nach der bescherung natürlich und dann sitzen wir immer noch so ein bisschen zusammen und ja ihr könnt mir gerne schreiben wie ihr das weihnachtsfest so verbringt und ja meine lieben ich wünsche euch einfach fröhliche weihnachten ein besinnliches fest und ja wir sehen uns dann demnächst wieder fühlt euch von mir ganz ganz fest gedrückt und bis dahin macht's gut